Versteh ich nicht. Naja, es gibt Sound. Sehr schön. Ah, der hat auch einen dicken Dongle. Ist doch irgendwie ziemlich unvorteilhaft geformt, also ich mein, warum sollte das so... Also, es sieht so... Im Weltraum musst du nicht aerodynamisch sein. Ja, darum geht's mir gar nicht, aber... Ich glaube, ich hätte das anders gemacht. Ist das der Halo? Ist das der Scheißring? Ich... Weiß nicht genau, ich glaub schon. Gorkana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Ah, das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger heuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von drei Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf ihre Stationen. Alle? Alle? Ah, ne. Und Cortana? Empfangen wir sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Okay. Meinst du, dieses behinderte Microsoft-Programm heißt Cortana wegen der Cortana? Ich bin mir nicht sicher. Hast du gerade die Stimme auch so ein bisschen gedoppelt gehört? Nee, aber das kann sein, dass das einfach durch das Mikrofon kommt. Das heißt, wenn ich spreche, dann sollte es doppeln, weil, weißt du, so... Ach, ja, scheiße. Ja, weil der Mikrofon, weil du den Sound nicht über den Headset hörst. Zug dann zerschließt sich an Shot Charlie, der 22. Taktischenabend. Hm, jetzt geht's aber. Ich habe es gerade ein bisschen leiser einfach gemacht. Ich mache, glaube ich, gleich einfach Untertitel an und dann ist das nicht so tragisch. Guck mal da. Oha, richtig los. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball! Habe ich recht, Marines? Sir! Ja, Sir! Mhm, klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an allem! Die haben ja gute Laune. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die die Allianz von nahen sehen wollen! Heute ist euer Glückstag! Was ist man gegen die Allianz? Ich habe keine Ahnung. Wow! Wow, der rechte Typ sieht aus, als wäre er 12 und 40 gleichzeitig. Schalte untergeordnet die Systeme online! Breche die Hülle in 30 Sekunden! Hast du gerade die Tastatur gesehen? Da war so ein komischer Smiley links. Das ist die alte Blechmütze! Genau! Oh! Bein Meister Chiefs! Das ist normal! Los! Wir müssen raus hier! Wieso benutze ich nicht den Kontrollner? Kannst du schon einen reinhauen? Nein! Keine Waffe! Aber ich kann! Das ist wichtig! Ja, das ist sehr wichtig! Hier lang! Ich glaube, wir müssen diesem Nossack hinterher! Das war ja irgendwie klar! Kann man da trotzdem noch rein? Wieso passiert das und wir haben keine Knarre? Ich weiß auch nicht! Hm! Da sind viele Rohre! Wieso explodieren immer die Wissenschaftler? Ja! Aber irgendwie! Also! Die Grafik ist gar nicht so scheiße! Oder? Ja! Ich glaube, das wurde ziemlich überarbeitet! Also weißt du, die haben uns einfach nochmal komplett irgendwie in Unreal Engine nachgebaut oder so! Hm! Das befürchte ich auch! Oh! Hi! Ah! Der hat mich getroffen! Wie gemein! Kann ich nicht die Pistole haben? Gib mir mal die Pistole! Verdammt! Hm! Hier drin ist es! Kann man sichern? Die Sprengleitung? Ich glaube schon, ja! Ah! Ah! Hier ist jemand mit der Waffe! Der Käpt'n braucht Sie dringend auf der Brücke! Folgen Sie mir! Folgen! Was soll denn dem folgen? Was soll denn denn du? Wo bist du? Wo ist der denn? 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 Bleibt ihr vom Hals! Auf geht's! Wieso fliegen hier die ganze Zeit Wissenschaftler? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Der Master Chief ist so der krasseste Ficker und warum geben die dem nicht zuerst ne Knarre? Also in Halo 3 sehen sie es ja irgendwie ein, dass der Master Chief ne Waffe braucht, aber... Wo ist der Käpt'n? Wo ist Käpt'n Kokosnuss gefunden? Käpt'n Kies! Schön Sie zu sehen Master Chief! Es sieht nicht gut aus! Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance! Ein Dutzend überlebende kamen Schiffe gegen nur einen Hals hier und Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer! Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise! Haben Sie mich vermisst? Es muss eines der Interkommandos gewesen sein! Schätze Antimaterieladung! Ma'am! Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline! Käpt'n, die Kanone war eine letzte Angriffsoption! Na gut, neuer Befehl, Call Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuch drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir, es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar, Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung, die Erde. Ich verstehe. Die Ortem wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Sehr gut. Nur öffnen. Viel Glück, Master Chief. Hmm, Ihre Architekturen, die der Orto kennenlernen Sie sehr. Der Master Chief ist ganz schön groß. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Mein Sohn, Alter. Rauch eine Pfeife und sag mein Sohn. Das ist so der klassischste Klischee-Captain der Welt. Ich muss einmal kurz was prüfen. Ja, ich muss auch nochmal bei Discord etwas ändern, weil das irgendwie behindert werden, dass immer diese... Immer wenn einer von uns spricht, dann macht das so dieses Scheißgeräusch, weil das leiser wird. Ja, okay. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt, Soldat. Runter vom Schiff. Runter vom Schiff. Wollen wir hier vorne runter gehen? Warte, ich muss gerade einmal Sprach- und Videochat... Ich will hier vorne runter gehen. Empfindlichkeit, Sprachaktivierung... Wir müssen runter vom Schiff, bevor es vollständig überrannt wird. Dämpfung. Guck mal kurz, was ich mache. Ah, ich habe Dämpfung ausgemacht. So. Kannst du das sehen? Ja. Komm, das ist jetzt trotzdem. Ja, das sollte trotzdem laufen. Sonst mache ich Halo gleich bisschen leiser. Müssen wir da runter? Ah! Ein Moment... What the fuck? Ja... Steigen Sie die Leiter! Ich will die Leiter nur klettern! Danke, das reicht! Ich will sie nicht mehr steigen. Nicht so ganz. Jetzt habe ich nicht zugehört, was wir machen sollen. Wir sollen runter vom Schiff, glaube ich. Das Schiff. Das Schiff verlossen. Verlossen sind das Schiff? Ich habe eine Pistole. Ich habe aber schon Munition. Die Google-Huppe wäre ein Bild. Ah ja, mach's gut. Das passiert. Also, die sind echt los wie so eine Google-Hupp-Schüsseln. Wieso hast du so eine... Kann ich den jetzt nicht knallern? Ne. Also, das passiert, wenn man so einen Pudding, der schon so komisch riecht, nicht rechtzeitig wegschmeißt. Ah, okay. Dann wird irgendwann wild. Das kann sein. Jetzt muss ich das Spiel gleich leiser machen. Aber ich warte mal, bis wir alles abgemetzelt haben. Macht sie alle, alle! Ich klingt, denn nächstes Mal zeigen wir es ihnen richtig! Macht sie alle, alle! Da ist doch alle! Wer kommt mit mir? Ich weiß auch gar nicht richtig, wie das mit der Steuerung und so ist. Ein Google-Hupps-Grandt-Bag. Wo bist du? Ähm, ich bin einfach noch hinterher. Ich versuche gerade... Ah. Hm. Behindert. Okay. Änderungsspeichern. So. Jetzt ist Halo sehr viel leiser. Alles klar. Sehr schön. Ja. Komm mal. Ich war noch mit dem Witter-Spiegel beschäftigt. Gib ne Deckung! Oh. Ich seh dich überhaupt nicht. Wo bist du? Da bist du. Ja. Oh. Hat das wehgetan? Haben wir schon Granaten? Oh ja, ich hab schon Granaten. Oh. Weil ich ja noch einfach umgucken kann, anstatt sie zu verschwenden. Aber egal. Ich hab drei Granaten. Das ist erstaunlich. Man kann bei Halo 3 nie drei Granaten haben. Also, man kann... Also, nur verschiedene... Wieso? Hast du überhaupt das scheiß Sturmgewehr? Ich bin Gruppenführer. Du hast in die Granate gelaufen. Oh. Ja. Da ist so ein Dude gestorben, wie vor uns. Vielleicht musst du einfach einen von denen umlegen. So, guck da ist ein Sturmgewehr. Wo? Hä? Wieso? Da musst du noch einen von den umnäten. Keine Ahnung. Das ist gerade weggeflogen. Bei Halo 3 kann man ja das einfach abnehmen. Mich hat zerwissen. Ich glaub wenn man... Oh. Er ist übergeschnappt. Jetzt hab ich Sturmgewehr. Du hast gehört, dass man dir auch mal sagt... Was ist los mit dir? Ja, der bedroht mich jetzt. Was noch am Astertief? Du sollst denn nicht so reinlaufen, falls ich ne Granate werfen? Ja. Natürlich. Muss man die überhaupt alle fertig machen? Ich glaub nicht, wir sammeln ja nur runter vom Schiff, oder? Müssen wir alles fertig machen. Ja, ich glaub dir einfach. Ja, du machst das schon. Ja. Sie benutzen die Luftschleusende Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht durch. Die Docken an. Guck. Wauw. 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 25 rum. Wauw. Was, bist du denn? Ja. Wauw. Wauw. Wo bist du? Jetzt bin ich wieder da. Ja. Jetzt hab ich wieder keine Waffe. Ah, ich wollte ihm gerade in die Fresse schießen. Vorsicht der Leute! Ich hab ihm Vorsicht gesagt. Ich bin dann auch weggegangen. Das Beste, dass du immer einfach in die scheiß Granate reinkommst. Ich will die halt immer nie lehnen. Das explodiert ihm echt nah an. Ja, wir müssen doch die Gegner die ganze Zeit schallen, damit die Granaten droppen. Ach so, hast du das angemacht? Ja, das ist der Schädel. Ah, das ist der Schädel, den du angemacht hast. Ich wusste ja nicht, welchen Schädel du aktiviert hast. Hier für dich. Oh, ich hab aus Versehen. Müssen wir denn hin jetzt? Ich hab gerade aus Versehen. Ich bin reingerannt und hab unseren Dude geboxt. Der ist dann gestorben. Das macht nichts. Da ist noch ein Gegner hinter uns. Ah, da. Ja, ich glaube hier ist der Ausgang. Das ist mir egal. Hier sind doch nirgendwo Schilder oder so. Ich wurde gerade zu dir hin geteleportiert einfach, weil du weiter warst. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich hab mit einem Dude geprügelt eigentlich. Der will mich prügeln. Ah, der will mich anheften. Heftig. Oh, ja. Oh, ja. Schaff ich das? Oh, ja. Schaff ich das? Oh, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist, wo er hinlässt. Ja, doch. Wir sind auf einmal Gegner auf allen Seiten. Da liegt eine Granate rum. Vorsichtig. Ah. Wo bist du? Ah, da hinten. Ich bin im Dunkel. Hm. Ah, das ist bestimmt richtig. Bin ich auch im Dunkel. Hm. Bin mir nicht sicher. Vielleicht hätte dir jetzt noch ein Gegner gewesen. Ich bin einfach komplett ignoriert. Wenn du Personal weg bist. Wie Glück. Krise Ende. Die Rettungskraft sind stark. Die Rettungskraft sind stark. Beeilung. Hier fliegen wir den Scheiß-Shuttles weg. Und wir sind hier noch schräg. Sollen wir nicht Quartana wegbringen? Ich habe ein Gesundheitspaket eingesammelt. Ich bin stolz auf dich. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem Nav-Punkt. Er führt Sie zu einem Ausgang. Nav-Punkt. Achtung, Sprengtöne werden geschlossen. Vielen Dank. Wieso kannst du... Müssen wir jetzt durch einen kleinen Kriechplatz fliechen? Geht's hier weiter? Nicht der Ring in der Brötzels. Warum habe ich mich selbst umgebracht? Vor allem, warum seht ihr das als selbst umgebracht? Ich habe dich geboxt. Ich habe da versucht, eine Granate die Tür aufzumachen. Ach so. Ja, das ist irgendwie scheiße hier. Hä? Was haben wir hier? Sollen wir nicht durch den Wartungsgang kriegen? Sollten wir nicht zu den Live-Porten... Sorry. Ich wollte eigentlich die Tür schlagen. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, wir haben hier nichts verlor. Ach, wir sollten da hin. Ist hier nichts? Ach, es gab auch eine Taschenlampe, oder? Gab es nicht eine Taschenlampe? Ah. Wie hast du den Knopf? Ah, da ist der Knopf. Okay. Ja. Ja. Es ist manchmal verstörend, wenn man... Aaaaaaah! Pudding! Hm? Wo findest du Gegner? Ah, okay. Ja, da ist noch eine Tür aufgegangen, aber ich weiß nicht, ob die wichtig war. Ah, hier ist auch eine Tür. Man muss ja echt pink mal boxen, damit die du kriegst. Ja, mit Granaten geht doch schneller. Kann ich gleich noch mal boxen für Granaten? Nein. Ich boxe jetzt erstmal nichts mehr, glaube ich. Wenn du in der Nähe bist. Naja, das ist gefährlich. So. Wo ist das Fahrzeug denn? Ja, wie kann das denn? Hier ist irgendwas. Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Restliche Crew und Kommandopersonal sofort in die Rettungskapseln. Rückzug zu den E-Vac-Stationen. Ich bin E-Vac-Station. Was ist das für ein Gegner? Keine Ahnung. Er ist einfach explodiert. Warum explodiert hier alles? Ah, er ist hier. Er geht mir auf die Eier. Okay. Immer wieder die Silbe. Warum? Was ist passiert? Hast du mir eine reingehauen? Du warst nicht mal vor mir. Ich habe einfach Knöpfe gedrückt, um die Taschenlampe auszumachen. Und auf einmal bist du vor mir und tot. Das ist die Pfeiltaste oben für die Taschenlampe. Oh! Das hätte dein Leben retten können, wenn du mir das früher gesagt hätte. Das habe ich dir gerade schon im Krieggang erzählt. Oh. Äh. Äh. Ich weiß nicht. Hä? Müssen wir nicht hier rein? Oh, doch. Da. Guck. Das sind Gegner. Gegner sind. Sag ich jetzt. Ja, guck ich noch. Oh, ich hab... Wir sind genau im Kampf auf zwischen zwei Fronten gelandet und ich hab die Granate auf die falsche Front geworfen. Das kann man gucken. Oh, da hinten sind richtig viele. Es gibt Leute, die schaffen das ganze Spiel in einer Stunde. Ja, wir gehören nicht dazu. Ich werde die Ränder auch einfach durch, wenn da so viele Gegner sind, oder? Ja, ja, die Ränder einfach durch. Aber dann stirbt man ja eigentlich. Ja. Also, ich weiß nicht, ob der mich geschlagen hat, oder ob du mich geschlagen hast. Ich glaube, das war Teamwork. Nein. Das befürchte ich auch. Ja. Der hat dich geschlagen. In dem Fall. Ausnahmsweise. Ah, ah. Ja, okay, vielleicht haben wir beide nicht. Ja, du darfst jetzt nicht die Titten nach oben reißen. Ja, 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 ja. Was soll das bedeuten? Du sollst nicht ablippeln, bis ich wieder da bin. Nur. Jetzt ist das egal. Ähm. Kann ich das Gewehr jetzt auch friedlich haben? Vorsichtig. Ich muss an die Fresse polieren, damit ich wieder ein Sturmgewehr kriege. Ja. Kann der es nicht sein lassen? Jetzt hast du die scheiß Munition mit, ich habe kein Gewehr. Egal. Da ist noch ein Loot. Warte. Ja, nein, lass ihn in Ruhe. Ach. Vielleicht bringen wir uns auch. Meinst du? Ja. Wo müssen wir her? Sind wir wieder in den Kriechgang oder waren wir geradeaus? Ja. Bestimmt wieder in den Kriechgang. Nein. 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 Oh ja. Zwischensequenz, wir sind richtig. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Und wenn du da bin. Ja. Und wenn du da bist. Ja. Dein Sturmgewehr brauchen wir auch noch. Ja. Ja. 2 Eis, Sir. Abdocken, okay. Gehe auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir! Ich will hier draußen nicht sterben! Seht! Ich will Escape drücken, um die Sound-Lautstärke anzugleichen, aber ich habe Angst, dass ich die Sequenz überspringe. Ja, das lassen wir jetzt. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Das ist der Ring an die Eier. Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kees fliegt manuell. Abgeber. Festhalten, wir sind da! Fünf Sekunden bis zum Atmosphären-Eintritt! Warum hat er denn geklebt? Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Nein. Naja, jetzt habe ich alle einen Fix in der Hose. Ja, jetzt habe ich alle einen Kontakt mit der Hose.